den kann ich ja nicht aufnehmen boxen wieso ist da noch ein tisch das kacke da ist noch ein tisch verwirrt mich und alles ich würde zu gerne wissen wo du bist sagst du vielleicht weiß ich sie vielleicht schlage ich auch gerade mit einem stuhl naja ich gehe dich mal so das war ein bisschen zu offensichtlich außerdem wenn du deine kamera bewegst und während ich auf sich drauf schaue ich deinen namen aufblitzen aber nur wenn ich gerade wirklich auf dich drauf gucke das ist ja auch gern wobei ein bisschen high-end mäßiger glaube ich auch ne so wie das aussieht das sind schon viele knöpfe und so weiter aber damit kannst du nicht ich bin übrigens in dem raum mit dem projektor in dem grünen großen da stark warst du da also hast gut deswegen habe ich extra noch gesagt in dem großen da naja musste mich für irgendwas entscheiden ich schau mal da drüben ist einer in der toilette ja willst du pinkeln gehen ja soll ich auch zu dir rüber kommen es ist zu spät jetzt ich hab schon das ist schon wieder einer in der toilette ihr habt aber mit den toiletten fünfmal daneben geschlagen oder so ja ich weiß auch nicht was das war das geht doch nicht habe ich warte mal bist du bist du nach meinem schiss da rein oder habe ich auf dich gekackt das hatte ich mir gerade als tipp zurechtgelegt